Auf Bahn 2 in dieser Serie von der Nugimans, Samlea De Leon, BTVQ Leichtathletik auf Bahn 2, 13,11, ihre Saison-Bestleistung. Auf Bahn 4 von der FSG BASKU, Leon Barra läuft auf Bahn 4, Daphne Zubler, LZ Schaffhausen, 7,12, 3,5 stehen, Lisa De Bascali, Lausanne Sport, Assetisme und Chiara Amacher kompliziert dieses Feld auf der Bahn 7, sie von der LV Thun. Glückartige Bewegung. Zweiter Versuch, fünfte und letzte Serie, der 100 Meter der Frauen im Vorprogramm. Don Leon, Schäf, Barra, Zubler, Pascali, De Pascali und Amacher. Und in der Mitte ist es Barra, die sehr gut aus den Blöcken gekommen ist. Und Zubler führt zur Zeit, Zubler im Duell mit De Pascali, aber es setzt sich dann Leon Barra, FSG BASKU, die das Rennen für sich entscheiden kann. Und es sind 12,97 für sie. Also bis knapp eine Zehntel an ihre Saison-Bestleistung und ihre persönliche Bestleistung herangelaufen. Vielen Dank.